So, guten Morgen! Seid ihr schon da? Ja, ja. Ah, warte. War's gut? Morgen, Robert. Hallo, ich hab dir Bilder mitgebracht. Genau. Der hier, Robert, würde farblich sehr gut hier reinpassen. Aber ich habe gesehen, mit der Größe ist das wieder nicht. Viel zu hoch, leider. Aber so die Farben, finde ich, von dem passt perfekt dazu. Die Farben sind gut. Ja, ja. Stellen wir da hin. Schauen wir uns das mal an. Was hast du noch mit? In der Größe? In der Größe habe ich noch den, in der Hochformat. Ja, ein bisschen größer geht ja noch. Bisschen noch, ja. Das spielt ja keine Rolle. Das kann ja auch über die ganze Größe gehen. Stimmt. Den messe ich gleich dann nochmal an. Das hatte ich schon mal, aber guck ich dann nochmal. Das passt nämlich von der Größe auch nicht. Doch, lass mal kurz dran halten. Wird das passen? Oder meinst du, ist das auch zu groß dafür, ne? Ich glaube, das ist... Warte, lass mal so, wenn der so an der Wand hängen würde... Ja, das kann sein. Wenn man das hier... Mach das mal da hin, dann guck uns das da an. Das könnte mit der Größe passen, ne? Ja, die könnten passen. Warte. Guck mal, geh mal hin. Lass mal gucken von hier. Von den Blümchen. Stell mal auf die Kiste drauf, dann kann die Kamen sich das angucken. Da müssen wir nur gucken, welches Motiv. Ja. Aber die könnten von der Größe her passen. Von der Größe her passen. Ja. Dann hast du recht. Hast du noch was? Okay, dann müssen wir mal gucken, was er noch hat. Oder? Von der Größe könnte man das machen. Natürlich hängt der ein bisschen höher. Ist klar. Das wäre aber geil, finde ich. Ja, lass uns mal gucken, was du noch hast. Du hast ja noch mehr dabei, ne? Ja, ja, klar. Okay, dann gehen wir mal schauen. So, den stellen wir mal hier hin. Für den Moment. So. Nimm dir die rein. Schauen wir die hier drinnen an. Ah, Donald, der Seefahrer hier. Ich bin hier, Robert. Ich bin dich. Ich bin dich. Ja, ja. Ja, die sind leider wieder vom Format, Robert, nicht richtig. Die gehen vom Format her nicht. Von Motiven dachte ich jetzt, du bist der Kapitän. Ja. Dann darf der Kapitän mit. Das ist Carmen. Und hier Andreas, dein Kollege, der die ganze Zeit zu Besuch kommt. Ja. Kennst du dich? Kennst du dich? Nein, das sind so aus Polen und aus Russland. Ja, ja. Topikfigur. Helden unserer Jugend. Das hat man auch im Iran von morgens bis abends geschaut. In Polen, Russland, Iran sind das so. Okay. Was du hier halt mit Dagobert und Desi kennst, ist in Polen oder Russland oder wie gesagt, die Iran sind der Wolf und der Hase, Olek, Bolek. Olek, Bolek, kenn ich auch noch. Kenn ich auch noch. Kenn ich auch noch. Genau. Hast du es hier? Leider nicht hier. Für die nächste Ausstellung im Breslau. Wir haben Weltdexklusiv, Robert. Das hat bis jetzt noch niemand im Poppaz-Zimmer gemacht. Hol noch mal so ein Format, damit wir da vorne noch eins sehen. Von dem Format habe ich leider keins mehr. Ich habe nur längliche. Guck mal, wie da hinten eins ist. Für da hinten. Ach so. Siehste, da habe ich ein großes noch. Von denen habe ich noch mehrere dabei. Da kann ich noch einen holen. Okay, dann hol noch mal eins. Ja. Da steht doch eins. Bin ich doof. Da steht doch eins, Schari. Ja, die. Soll ich. Ah. Wie soll man das denn machen? Das gehen wir hin. Oh. Scheiße. Hab keiner gesehen. Nicht gesehen. Jetzt kommt er. Ja, der ist doch gut. Pass auf, jetzt fällt der da von der Kaimauer. Das ist wegen dir. Nicht, dass er von der Kaimauer fällt. Komm mal her. Helft mir. Windstoß kommt, siehst du im Wasser. Da läuft nix. Weißt du? Ja, weißt du, da ist zwei Kilo Harz drauf. Harz ist teurer als Gold. So, sagst du. Robert, was sagst du hierzu? Mach nix kaputt, das ist schön. Sehr schön. Welches? Nehme ich, nehme ich. Kannst du? Gut. Komm rein. Zu hinten, dachte ich. Überm Tisch. Komm, wir gehen. Das ist auch ein Johnny. Das ist auch ein Johnny. Der Pole wieder. Der Pole mit Shampoos. Das ist auch nicht schlecht von den Farben. Ja. Zeig mal, mach mal den Donut da hin. Soll ich durchgehen? Warte. Du bist dünner. So. Danke schön. Was willst du trinken? Morgen. Morgen. So ein bisschen höher halten. So? Ja. Was meinst du, Robert? Ja, das sieht nicht schlecht aus. Wenn wir gleich mal kamen. Bei dem Bild sind es jetzt nicht die Farben, die hier zu passen. Aber ich finde, so ein Eyecatcher darf sich auch abheben. Ja. Da dürfen die Farben auch mal knallen. Dürfen anders sein. Wir müssen nicht unbedingt, finde ich, auch die Farben selber wieder aufnehmen. Nee, nee. So fällt das noch mal viel besser auf. Die Frage ist nur, ob wir nicht noch eine Nummer größer dahin hängen. Das stimmt. Jetzt, wo ich das sehe, hast du recht, dass wir sagen, dass wir den... Andreas, kannst du noch mal kurz? Ja. Dass wir sagen, dass wir rundum 10 cm mehr machen. Ja, genau. Genau. Dass wir den wirklich so hier... Oder vielleicht die Höhe passt wegen dem Stüh. Ja. So, dass wir die Höhe so lassen. Aber Breite, sagen wir mal so... Wie viel ist das, Andreas? Bei dir? Du sagst 30, ich sag 10. Eigentlich 2. Ich untertreibe immer. Ich würde sagen, an jeder Seite mindestens mal 10 cm. 10 cm mehr. Weil die ist 1,80 x 80. Aber dann, sag ich dir, würde ich auch 10 cm in der Höhe mehr machen. Okay. Weil das sieht zu schmal aus. Das sieht aus wie ein Band. Ja, ja. Dann machen wir 20 cm Breite. Also 2 Meter mal 90. Ja. Warte, wenn wir das so halten, Robert. Guck mal von da hinten, ob die Stühle stören. Kein Problem. Dann da noch 10 cm runter? Ja. Okay. Nee, dann machen wir das so. Ja. Jetzt nehmen wir den mal. Jetzt gucken wir uns das oben mal an. Okay. Aber der oben ist ja zu groß. Hast du kleinere noch? Leider nicht. Leider nicht. Soll ich noch was mitnehmen, oder? Nee, wir gucken mal mit. Ja. Der ist zu groß, Robert. Ich halte mal dahin. Aber ich bin zu groß. Letztes Mal zu klein mitgebracht, diesmal zu groß. Der darf 20 cm schmaler und 40, 50 cm. Dings sein. Aber von den Farben finde ich, würde der knallen. Ja. Mit Farben passt der. Dann machen wir den genau passend für hier. Genau. Dass wir 20 cm kleiner machen. Ja, du musst im Prinzip so groß sein wie der schwarze. Wie der schwarze. Ja, den hatte ich schon mal gemessen. Das mache ich. Für die beiden Sachen. Ja. Dann gehen wir nochmal runter. Ja. Nehmen wir ihn wieder mit. Ja. Ja.